Jeden Tag, liebe Brüder und Schwestern, von einer Schwester Christel kriege ich eine Karte. Jeden Tag. Das ist der absolute Hammer im positivsten Sinne. Heute habe ich zwei Karten bekommen. Wer aber dem Herrn vertraut, dem umgibt er mit Gnade. Ich wiederhole nochmal. Wer aber dem Herrn vertraut, dem umgibt er mit Gnade. Was für ein köstliches Wort. Was für ein köstliches Wort. Danke, liebe Christel. Sie vergisst mich nie. Er ist besorgt um euch. Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Die zweite Karte. Ruhe und Geborgenheit, Herr Jesus, wandern mit deinem Heiligen Geisten. Das ist alle Zeit Geborgenheit, denn der Weg, den du mir wirst bereiten, dient zum Besten mir in Ewigkeit. Maranatha, Friede sei mit dir. Die Christel. Heiligem Leiden heißt das. Ich wiederhole nochmal. Ruhe und Geborgenheit, Herr Jesus, wandern mit deinem Heiligen Leiden. Das ist alle Zeit Geborgenheit, denn der Weg, den du mir wirst bereiten, dient zum Besten mir in Ewigkeit. Maranatha, Friede sei mit dir. Herzliche Grüße. Liebe Christel. Ich danke dafür. Ich danke, liebe Christel und liebe Leute, die ihr für uns betet. Wir brauchen auch weiterhin eure Gebetsunterstützung. Ja, seliges Wissen. Jesus ist mein. Bis aufs Schwören darf ich's wissen. Der Schuldbrief ist zerrissen. Einzig dich, mein Herzensheiland, habe ich mir zum Heil erwählt. Du hast mich gezogen. Du hast mich gesucht und gefunden. Deine Liebe hat mich herausgeliebt aus dieser schnödigen, dreckigen Sündenwelt. Jesu, geh voran auf meiner Lebensbahn. Amen. Amen.